Der Enderpearl, das hab ich da angestellt. Ja, dies. Wille, der stirbt! So, das andere kommt da oben rein. Brains. Mizentus ist kein Sat. Ja? Brain. Ja, dass du kennst, was weiß ich. Das ist so. Ach. Spider-Man, Spider-Man. So. Außer man kann das schon wieder wegpacken. Okay, haben wir ne Handliche Ender-Schiss dabei. Das ist echt voll komisch, war aber irgendwie klar. So, kannst du das gucken? Ist da irgendwas auf Facebook wieder? Oh mein Gott, Facebook. Ah, ja. Wenn die da mal mitrollen, das da rein. Haben wir ne ganz Mühe, die man bei sich hat mit einem Eimer. Furt nur Kopf, du. Bist ein Hohlkopf. Ach, die sind schon vorkomfriert, deswegen sind die nicht mehr stackable. Ja, die beiden sind stackable. Aber die beiden nicht mehr, okay. Alter, Spocker. So, jetzt zieh ich alles aus der Kiste raus. Ja. Na, ich bin jetzt gerade am überlegen, wie mach ich das? Ob ich hier jetzt ganz viel lösche? Könnt ihr ja genauso ein paar Mülleimer nehmen hier. Irgendwie anderen werden da vorne. Da brauch ich gleich so ne Brudel. Welche Bögensorten hab ich denn? 25, 25, 25, 25? Ja. Ja, Bögen, Bögen. Hm, toll. Ähm. Jetzt haben wir noch Zombie Brains, können wir noch rausziehen? Das sieht ja genau das Richtige an. Ist zwar das denn hier? Ach ja, da brauchen wir genau das gleiche. Das... Wir müssen echt in den... ins End. Das ist die End. Na, 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 na. Ja, du willst ins End, nicht ich. Tiny Planet? Aha. Inser Amulett-Slot? Okay. Ja. Hm. Ah ja. Voll komische Sachen hierbei. Ja, Forion. Ich glaub, die macht durch Wind Mana. Ja. Mach die auch. Fisch, mach die auch. Ich denk hier grad wieder nur in den Rezepten rum. Ja. Wie das gerade geht hier. Ich bin ja gar so... seit... geschweige denn keine Ahnung wie viele Stunden in diesem Kuscheln. Ja, guck mal was die grad so machen kann, ne? Ja. So. Da hab ich ne Feierrunde. Ich brauch ne Summerrunde. Okay, dafür brauch ich ne Erdrunde, ne? Errunde. Errunde. Errunde hab ich, glaub ich, sogar noch. Erste Runde hab ich noch nicht mehr. Oh, da brauch ich dich gar nicht mehr. Doch, Erdrunde hab ich noch, aber erste Runde nicht mehr. Wuhuhuhu. Weih nicht. Ne! Nein! Ähm... War die drin? Da haben wir... Ja, wo g'n weh? Das? Das? Äh! Also ok, die können gelöscht werden, das ist bestimmt ne Einheit Ja, wir müssen den Erz wieder verballern Künfen gelöscht werden, das ist ne Einheit Machen wir zwei davon Davon haben wir noch zwei, nehmen wir auch keine Federn mehr, ne? Eine hab ich noch Ja Brauchen wir echt mal so ne scheiß Farm, wo wir auch Federn sammeln können Ja, alles wird gut Die kann da löschen, die kann da löschen, kann ich da irgendwas rausziehen aus den Pfeilen, oder können wir die zerstören? Ja, deswegen ja Würde mich ja auch interessieren, ob man da irgendwas mit machen kann Was gibt dann denn hier? Ach, ok Ne, kann man nicht Ne? Leider nicht Ja Passiert einfach mal so ne? Ja, aber Ja, soll er Soll er rauspucken, wenn er es noch hat So Toll Ach gut, drei Federn hab ich Einfach mal die zwei großen Hühner gekillt Die wir noch hatten Ich hab aber kleine schon nachgemacht Ne, den Ach, den hab ich im Helden Die ganzen Eier, die ich hatte Mein Inventar platzt wieder vorm Müll Hoffentlich voll Sag ja, mein Inventar platzt vorm Müll Doch, wie krieg ich den Rest jetzt irgendwie weglöschen hier? Was irgendwie so richtig Standard ist So, jetzt brauchen wir noch Immer ein Stack davon Übrigens hatte ich hier noch Ein Archimed Catalyst gemacht Damit kann ich Gastias in Enderpellen umwandeln Eine Gastia in zwei Enderpellen Was auch nicht schlecht ist Was wir auch nicht mehr brauchen Brauchen wir wirklich immer So Ein davon Zack Zack Falsch Und die Federn da Ein davon Ein davon Eins, zwei, drei Dann einmal Mana bitte reinpumpen Von da Und von da Ja, weg Ach ja Ich hab was vergessen schon Wie immer Was dich? Ha 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 Living Rock Living Rock Oder Living Rock Rock Pock Rock Pock Rock Pock Das Magnet ausmachen Gut, dass das Ding noch liegen geblieben ist Toll, der zieht ja den Rest auch noch raus Stimmt ja Kacke Na, heute darf haben wir hier gleich ein paar mehr Demnächst werde ich mich so dran setzen Als ich auf Screen Erstmal hier so ein bisschen in den Ausbau Dann werde ich hier aber erstmal alles abreißen Und Das dann dementsprechend fertig machen Weil wie ich jetzt In den folgenden Das Hausbau Brauchen wir auch nichts hin Ja, das dauert Guckt ihr doch meins Oder das was wir hier haben Das dauert auch für zu lange Bis ich das Muss mir nämlich die Ebenen Mal gucken wie ich das alles mach Vor allem ich werde spezielle Ebenen Für die Mana Produktion machen Vielleicht oben, ganz oben kommt dann so ein Gewächshaus drauf Wo die Day- und Nightblumen drauf sind Dann vielleicht wie du schon meintest So ein Turm, wo dann das mit dem Wasser ist Ja, das ist ja eigentlich so schlau Direkt am Haus dran Mal schauen Scheiße, ich kriege keinen Mana mehr dadurch, ne? Fuck Fuck in die fuck 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 Na gut, dann muss ich das einmal umleiten Da rein Ach, warte mal, ich könnte doch So Bitte wieder Mana, ne? Die Sachen da rein pumpen, hier Zack Nicht wirklich viel Zert So Ja, jetzt kommt Mana Jetzt macht er gleich Spitz die Blitze Und den Start Und Zack Meine Dann machen wir doch noch einen Stimmt kann ich das ja nicht Eins, zwei, drei Gelöscht werden Stehen da raus Und Aktivieren Kommen wir die Rune erstmal wieder rein Das Ich werde mal in dem Inventar wieder so ein bisschen aufmachen Ähm Ich trau schon die einfach mal Das da rein Das 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 Ja, natürlich wieder viel zu schnell Mit seiner komm schon Danke Das kann hier mit rein Dann kommen die sowieso die Punkte rein Das mit da rein Das Das Die kommen da rein Das Oh Und jetzt ist mein Inventar schon wieder aufgewandt Ja Noch War ich nicht Ja, das Pfeil dauert schon ein bisschen lange Ähm, ja Ach, gleich fertig Okay, hier hat er ja stimmt Gehirn auch entbezogen Okay Wie zählt euch denn Gehirn? Eheh 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 So, das war das Die Summer Rune Ja und Ja Eheh 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 Summer Sand Ein Slime Ball Eine Melone Also Haben wir die Erdrunde, die ich nur noch einmal hab Schön Ich hab auch Melone Du bist ne Melone Komm Dann hab ich natürlich nicht mehr dabei Schön Da rein Schaufel mitten Always active Insert Insert Was das fürn Unterschied macht, wenn man hier offscreen was baut und den ganzen Tag hat und wenn jetzt das so ist, ne? Ja, das war normal Mann, Mann, Mann So, Erde hab ich. Melone müsste ich auch noch haben Da zwei Stück Eine mach ich mal zu Seeds Eine mach ich mal zu Seeds So, okay Das bleibt Ach ne, dafür musst du ja mit der Hoe das Steady machen, ne? Was denn? Für Melone Um die, naja Erstmal hinlegen, schlafen kurz Was? Ich hab kein Bock auf Nacht irgendwie Kann ich Wobei das für meine Nightbloom gut werden, aber egal Ich hab ja genug Daybloom da hängen So Dann Ja, was klatschen wir denn weg? Das da Ah Wow